Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von TitanQuest Multiplayer's Play, diesmal wirklich im Armatlethron und nicht im normalen TitanQuest. Und wir sind immer noch hier am Strand bei diesen wilderlichen Viechern, immer noch dieselben Protagonisten. Hier ist übrigens das Secret. Ja, man kann hier nur leider nicht rein ohne das Item. Ich weiß nicht, wie wir uns das Item holen werden, weil man kann natürlich irgendwie... Vielleicht finden wir es ja noch. Ja. Und sonst kann man sich, glaube ich, cheaten. Ja, also cheaten. Man kann sich einfach einen Charakter runterladen und dann das rüberkopieren, also das ist kein Ding. Das hatte ich auch schon mal gemacht. Oh Gott! Long to Aquas ist eigentlich alles cool. Ja, weil du halt deine Idee wirst, ne? Ich sollte ja irgendwie mal Tank werden und dann haben irgendwie drei Leute gesagt Skill das und Skill das und Skill das und dann war das irgendwie alles Sachen, die Damage machen und nicht Tank mäßig. Das ist mir grad mal so aufgefallen. Mhm. Wer hat noch gesagt? Ich weiß nur zwei Leute. Ja, Leon und Jörg. Ja. Ich sag drei. Ja, ich glaube Mikey hat auch noch mal irgendwie was gesagt. Aber das weiß ich nicht genau. Ist mir auch exakt egal. Ich hab mal so richtig gleich, wenn aus so einem kleinen, äh, Dings so eine riesige, so zehn riesige Rüstung rauskossen könnte man auch. Ja. Ja. Ja, ich glaub wir müssten den dann auch da irgendwo nach da oben bringen, als erst mal hingehen. Also ich hab noch mal kurz geguckt, aber glaub ich hab bis dahin noch nichts gesehen. Ich bin nur die erste Treppe hochgelaufen da. Ja. Ja. Ja, schön, dass die sich jetzt alle irgendwie hin und her porten, danke. Wie? Bei mir standen grad drei Stück auf der Treppe und dann war auf einmal nur noch einer auf der Treppe und der hat sich voll sich auch noch weg porten. Bei mir haben die sich nicht weg porten. Ja, hier muss man es holen. Okay, ich hol einen neuen. Okay, soll ich das machen? Ich bin schneller als du. Mach du da oben ein Portal. Glaubst du, der kommt da durch? Ja. Keine Ahnung. Okay. Ja, keine Ahnung. Klar steht. Ach Gott, ich bin gleich da. Mach ein Todesvision überhaupt. Bleibt den Gäste, ein Geburtssiegel. Ah, okay. Was macht dann? Was macht dann einfach das gleiche wie mein Bild voll war? Nimm noch eine meiner Arbeiter und sorge dieses Mal dafür, dass... nur das ist besser. Was? Das ist besser als mein Blitzpulver. Es ist so eine Frau. Momentan, also ich hab dann... Ja. Oh, er ist wirklich hier. Okay, man hat doch eine Lebenszeit, wenn man drauf geht. Ah, okay. Er ist noch bei dir, oder? Ja. Äh, es sind glaube ich neue Gegner gespawnt. Ja, hab ich gesehen. Wieso sind neue Gegner gespawnt? Lebt er noch? Ja, weil das ein Geburts ist. Ja! Gut, ich komm von hinten um Radiskalt. Ich komm von hinten hehehe. Entschuldigung. Kannst du nicht einfach durchs Portal gehen können? Gehen können? Ja. Wo ist er? Hier oben. Was ist das jetzt? Anscheinend nicht. Was hast du? Nein, der muss das Ding ja entzünden, glaube ich. Ich hab ihn mal geheilt. Der hat den verloren? Ja. Ein bisschen. Nicht viel. Ich wollt eigentlich nur wissen, ob ich ihn heilen kann. Oh, ich hab Todesvision. Ja. Ich hab Todesvision noch. Ist das so ne Verein Gegner? Ja. Nein, das soll die in der Geg- in den Kopf kommen. So. Man muss da oben noch die Fakle entziehen. Was ist das jetzt? Ja. Glaube. Es brennt zumindest. Ja. Äh. Ich mach mit ABD raus. Gehen mal hin. Ja, warte. Was war eine unmögliche Aufgabe? Für das Kind, glaub ich. Wir müssen hier mit irgendjemand reden. Ja, das kranke Kind, dass wir mit Proggen reden sollen, ne? Ich find aber, die Quests hier sind ganz schön gestaltet. Also, dass man den mitnehmen muss und dass man ihn verteidigen muss. Und was anderes. Ja. Na, ich glaub hier oben. Ich glaub, ich hab's schon mal zu reden. 30.000 Erfahrung. Und eine Arcane Formel und du? Ja, Kristalltrainer. Himmelsfeueranhänger, Kristalltrainer haben wir jetzt zwei Mal schon. Na 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 na. Oh, der ist schön, der exische Wald. Ja? Exisch? Ja, ist hübsch. Ja, exischer. Ist hübsch, ne? Ja, stimmt. An den kann ich nur ungefähr erinnern. Ich nicht, kein Stück. Das müssen Menschen. Nachtwaldler. Missgeburten. Alter! Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, scheiße. Ich auch. Okay. Zum Glück nur total OP. Schattenfürst. Ist das, ist das, äh, Kriegs-, Kriegsmeisterschaft so'n Traum? Glaube. Ja. Ja. Ja, der hat doppelt Eingriff gemacht und so, lebensinnzu. Keine Ahnung, das kam mir so vor wie. Äh, die beiden Dings, Alter. Ich hab nur 11 Tränke, ey. Ich verbrenne hier richtig viele Tränke in den Gebieten. Ahlein, wieviel Schaden die mit ihrem Scheiß, ähm, Bogen machen, Alter. Also in der Aufnahme hab ich nur 33 FPS. Ich hab 60, dauerhaft. Ich nicht, das ist doof Oh, oh, da sind zwei Nachtwaldler Und ein riesiges Vieh Guck dir das mal an Was ist das? Okay, irgendwie hab ich Angst davor Kommt ein Panzer, ey Der ist irgendwie schwach, er ist tot Ein Heil wär super Ein Heil? Ja, ein Heil Und dein Viecher auch vielleicht irgendwann mal wieder Ja, die sind eh schwach, man, die regen mich grad richtig auf Man kriegt viel zu wenig Punkte meiner Meinung nach Aber man kann halt das Spiel dreimal durchspielen Ja Oder waren es nicht sogar viermal? Naja, aber das ist ein Teufel Ähm Ne, man kann, also man kann es ja so oft durchspielen wie man möchte Aber halt es gibt drei Schriegkeitsräder Normal, epischen, legendär Stimmt, bei Sacred War es einen, der noch dazu kam Wenn man den letzten durchgespielt hat Da waren es dann sogar fünf Also Bronze, Silber, Gold, Platin und Das war irgendwie so Oh Gott, irgendwas mit O, glaub ich Irgendwas mit O, glaub ich Ja, genau Odiom, oder irgendwie so Hast du Timer gestellt? Ja Gut Muss entsperren Zwölf Okay Quartal steht übrigens, falls du da durchgemacht Bin schon wieder durchgelaufen Bin schon wieder bei dir Okay Hier sind die zwei Nachtwaldler Die sind alle ein bisschen spartig, Alter Er kommt nur angelaufen Ich hab schon Schaden Was zur hell, wie viel Schaden machen die denn? Kannst du ein Portal machen? Ja, warte Ich wollte gerade dein Portal aufnehmen Äh, deine Grabstellen machen Alter, das ist so richtig schlimm, ey Na tot Äh, die machen über 400 Schaden mit einem Schlag Man sieht die auch so kaum durch den Wald Das ist richtig schlimm Machst du ein Portal? Ja, Moment Ich würde scheiße, dass man nicht mit Enter bestätigen kann Hier ist übrigens ekelhaft das Vieh hinter mir Oh Gott, tut das weh Scheiße, ich hab die falsche Dings auch Trickiger Gegner Hier ist noch dein Grab? Ja, ich weiß Ich sterbe einfach viel zu oft gerade Wie viele Tode hatte ich nochmal? Ich glaube 12 oder so hatte ich ja Vor dem Endgegner Wie viel ist das jetzt? Jetzt hab ich 20 Ich hab jetzt 66 58 Ich hatte ich glaube ich vorher Aber ich hab einen damit getötet Also mein Gift hat echt lange Dein Mess ist sowieso ziemlich okay Also meine Traumwelle macht ja nicht mehr so viel Schaden Ja, aber dafür ist deine Traumwelle einfach viel riesiger Naja gut, die Gegner laufen ja meistens hinter dem Na ja, deshalb ist deine Traumwelle Guck mal Nein, lauf mich Was? Komm mal her Ja Siehst du das nicht? Was denn? Da unten steht einer Nein Doch, du kannst dich sogar von hier oben aus angreifen Nein, du bist kein Mein Hund beißt doch auch Mein Hund beißt doch auch in die Richtung Die ganze Zeit Ich bin vergiftet Cool Ich hör den noch Ich hör nur Hilfe uns, bitte hilf uns Ausposten im Wald Boah, was laggt, Alter Oh Was? Die haben ein kleines Problem Was denn? Ich brauch bald neue Tränke Ich auch Hab nur noch 15 Na ja, die sind 30 Die sind aber nur extrem stark, Alter Ja, aber alle Gegner Auch die scheiß kleinen Krabben Vielleicht werden die Gegner hier einfach wieder extrem stark Ich hoffe, dass es hier auch so ganz viele, ähm Äh, Truhen aus den alten Gebieten gibt Ja Zum Beispiel diese kleine da aus Die verzierten Truhen aus Ägypten Ich glaub, hier kommt jetzt einfach alles zusammen, was es gibt Ich brauch Energie Ich brauch mich gleich heilen mal Oder dich am besten Ja, das ist nämlich eher das Problem, ich muss mich selbst verheilen Ich versuch's nämlich momentan nicht so viele Tränke zu verschwenden Und heil mich deshalb auch zwischendurch mal selber Alter, wie ich einfach schon wieder die Hälfte des Levels voll hab Ja, ich bin auch schon wieder bei, äh, äh, hinter Waffen Ich bin schon fast beim, äh, Schädel da Ja, wir haben ja auch den Endboss besiegt Der hat ja auch noch ein bisschen gebraucht Wie brauchst du noch? Äh, noch, äh, 151 Wie viel? Wie viel vom letzten Mal Wie viel? 151 Okay, ich brauch noch 231 Alter Was? Hast du's gesehen? Nee Ich hatte grad noch 600 Leben Ich hab dauerhaft nur 600 Leben Das Schlimmste ist einfach, dass man durch den Wald gar nichts sieht Ja, ich muss mal ganz nah ran suchen Hier, wie wir was gucken, wo er, äh, wo er steht, oder so Ja Ich mach den Magier erst mal tot Ja, ich tot die Kleine Missgeburt Alter, was ist das für ne Scheiße Bist du tot? Ich glaub, ich glaub Ich krieg so viel Schaden von dir Ich glaub, ich muss jetzt mal meine Klasse so spielen, wie man die eigentlich Oh mein Gott Irgendwie hab ich ein bisschen Angst Äh, tschüss Nee Ich bin gestunt Ich bin tot Kurze Stück Oh, ich bin, er hat mich einfach getötet, okay Natürlich Ich hab, ich weiß nicht, 1000 Leben noch Ich krieg einen, äh, einen Piler Ja, sowas bei mir eben auch Und dann bin ich tot Warte kurz, ähm Alter, ich hasse Schnupfen, ne? Meine Nase läuft wie so eine Hure Meine Nase ist feucht, wie eine russische Prostituierte Was? Guck mal, ich hab dich wieder Ich weiß Wo ist er hin? Da war gar keiner Bei mir stand er da Alter Der macht wirklich einfach fast 2000 Ich bin tot Er ist tot Er ist tot Der, der Magie hat mich mit zwei Hits getötet Ich hab's gesehen Ähm Ja, steht Die anderen Viecher sind aber auch nicht gerade schwach Die haben meine Tiere gerade one-hit gekillt Ich bin tot Boah Die sind 43 40 Ja Digga, was läuft denn? Jetzt muss das Spiel langsam, äh, äh, fah, anfordern Ich bin schon wieder fast tot gewesen Ey, die sind ja nicht stark, alter Die sind ja kein Gift an Ich glaub, ich sollte mal mehr auf meine Rüstung skillen und nicht so viel noch auf Dingens Also soll ich jetzt wirklich mal skillen, wie ich meine Klasse normalerweise skillen sollte? Total auf, äh, Tank So wie wir es eigentlich mal vorhatten Boah, sind die stark Weiß ich nicht Wenn du kannst Ich kann ja theoretisch nochmal alles umskillen Kostet ja nur ein bisschen, ne? Ja egal, Geld ist ja eh keine We- Geld ist ja eh nix wert hier in dieser Welt Genau wie ein Payday Ja doch, ein Payday ist eigentlich ziemlich viel wert Absolut gar nichts mehr Seit dem letzten Update hat man einfach Wenn man Prestige geht, dann muss man ja, äh, dann verliert man sein ganzes Bargeld Und, äh, ich hatte so, ähm, vom zweiten ins dritte Prestige hatte ich, äh, 45 Millionen Okay Alter Boah Vor allem diese Zauberer, Alter Immer diese Zauberer Mach ich jetzt auch nochmal so 100 AP über Ich sterbe ja immer sofort dann Ich heal mich ja auch immer nochmal gleichzeitig Also ich hab aber meistens einen Heiltrank, während ich fast sterbe Was ist das? Was ist was? Hydragon Oben Missgeburten Oh, die sind süß Die Schwanzköpfe Ach, die haben zwei Köpfe Die finde ich süß Ich finde die richtig hässlich Die sind ziemlich schwach Sie hätten hier zwei Hoden als Kopf Oh Gott Aber die finde ich ziemlich schwach Ja Die töten dich zwar fast, aber sie sind sehr schwach Ja, aber auch nur, weil sie 20 Stück sind Ich hab keine Gesundheit zu trinken, ne? Ich hab noch vier Ich bin tot Ich kann mich nicht hören Nein, die sind tot Alter Lass uns mal einkaufen gehen, okay? Okay Oh, nee, Alter Das sind die mies, ey Wie sieht das jetzt in Rodos? Also wir sind noch nicht mal im Hades jetzt Alter, ich mach doch in Entspannung Wie lange haben wir noch? Nein, sieh nicht Alter, das wird nächstes Mal richtig schlimm, ey Ich hab mich zu deinem Portal importiert Okay, die Rüstung sind jetzt auch nicht schlecht Die haben alle 100 Rüstungen Ich komm nicht an Eisen Der Preis von Bronze Alter, wie geil die Sachen hier einfach aussehen Alter, ich hab ein Helm mit 108 Rüstung Also noch einen anderen Ich hab grad eine Rüstung mit 108 Rüstung Nice Angezogen Mit 26% Feuerwiderstand Aber ich will meine behalten Natürlich ist besser Die macht gesundere Generation Plus Der Helm, den ich grad hab 104 Rüstung Er ist noch ein paar Tränke kaufen Der Bogen, Alter 57 Schaden Können wir noch eine Schwertkurse? Der Schild ist inzwischen besser als meine Ja, dein Schild hast du aber schon extrem lange Ja, aber es ist trotzdem blauer Ja, und ich hatte auch blaue Beihenschen Und die haben nur 72 gehabt Meine Beihenschen haben jetzt auch nur 72 Ja, meine haben 96 Ja, meine Beihenschen haben aber halt noch 72 Und alles mögliche halt drauf Kälte, Widerstand, Stärke, Gesundheit, Regeneration Angriffsqualität Ja, ich hatte zum Beispiel Bewegung, Elementarwiderstand Geschicklichkeit, Leben Wir sind das Regeneration Agieregation, Bewegung Schaden suristent gegen Tiermenschen Komm wieder Zack Also ich hab jetzt Drei Rüstung Ich hab jetzt zwei Scherpen Also Rüstung für Magier Blaue Zwei Armreifen für Magier Ein Helm Und zwei Stäbe Okay Ich hab jetzt Zwei Arcano-Formeln Kristallträne und Dieter-Schlange Ich hab zwei Schwerter Äh, äh, ein, ein, ein Hirnspalter, keine Ahnung Eine Stumpferwaffe Und dann nochmal Ein Drescher Und halt noch meine Beihenschen Alles in blau Ich hab ja alles, nichts mehr Was ich blau hatte Aber wir haben richtig wenig Sets gefunden Ja, das ist nur das Babylonische, ne? Und halt das eine, was du hast Ja Ach ja, aber immer haben wir schon mal den Hades, ne? Genau Ich glaub, so viel schaffen wir in diesen Partys auch nicht mehr, ne? Im Grund gibt's hier nicht Oh ne, wir haben aber noch einen frei, glaub ich Oder zwei sogar noch? Ich glaub, wir haben zwei noch 69.4, ne? Ja, ich glaub, wir müssen jetzt zwei Parts aufnehmen Ja Noch zwei, Alter, ich bin langsam ein bisschen kaputt Ja, ich auch Ich hab keinen einzigen Gesundheitstrank gekauft Okay, hier ist eine Höhle Wo Viecher rauskommen Das ist so wie in Ägypten Da haben sich doch Scheiße, ich bin fast ge... Ich hatte gerade gar kein Leben Ich hab mich nicht geheilt Okay Du packt da einen auf der Stelle rum Ich komme nicht an Eisen Der Preis von Bronze Du hast Glück, dass ich überhaupt nicht anbieten kann Also diese kleinen, was waren das? Diese kleinen Nachtschwärmer da Die machen einfach 300 Schaden pro Schlag Ja Was würde ich alles für eine Wagenladung Bronze geben? Das ist so schlimm Will ich ein Portal machen? Ne, ich bin schon bei meinem... Gott, ich hab mein Mikrofon gerade fast umgedreht So Wahrscheinlich ziemlich gut gehört in der Aufnahme Okay, wir haben jetzt noch 13 Sekunden Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Pott? Dann würde ich jetzt... So, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir mal in die Höhle rein Und gucken dann nochmal weiter So, haut rein Leute Bis dann und ciao Tschüss